Bin ich schon da dran? Ja gut. So, wir sind aus der zweiten Mikro Harina rausgefahren. Wir fahren jetzt mit leichtem Wellengang. Das Hand ist nicht sehr hoch. Aber da machen wir ja alles. Wollen wir alles nicht. So, und dann gucken wir uns das einfach mal an. Das Wetter sieht nicht ganz von Vorteil aus. Das ist diese bunte Insel, diese Wohnhausinsel. Da kippen die Boote bald um. Warum? Weil keiner. Ich glaube, das könnte der Wind sein. Ja, und Chefin ist da ganz relaxed. Sag mal, hallo Chefin. Winke, winke. Da scheint dann wieder so ein bisschen Tagesausflüger zu sein. Oh, da ist ganz schneller unterwegs. Ich mache mal einen ganz leichten Schwenk. Auch da kann man mit dem Boot direkt anlanden. Und dort vorne kippen die Boote immer noch um. Aber gut, wir bewegen uns jetzt langsam wieder Richtung Ausgang dieses, ja, Großsees, Baggerloch, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, da rasen wir. Die Wache ist jetzt gleich viel leicht nass, aber vielleicht auch nicht.